Moin Moin und willkommen zu Teil 2. Wie lange braucht ein Film? In diesem Video gehen wir ein bisschen mehr ins Detail. Fangen wir an. Jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Das Budget ist eine der wichtigsten Rahmenbedingungen, die die gesamte Produktion beeinflussen. Schauspieler und die Crew. Ein höheres Budget ermöglicht es, bekannte Schauspieler und erfahrene Film-Crew-Mitglieder zu engagieren. Was den filmischen Wert und die Anziehungskraft für das Publikum erhöht. Ausstattung und Spezialeffekte. Budgetstarke Produktion können aufwändige Sets, beeindruckende Spezialeffekte und hochwertige Kostüme finanzieren. Was besonders in Actionfilmen, Science-Fiction und Fantasiefilmen entscheidend ist. Die Drehorte sind natürlich extrem wichtig. Ein großes Budget ermöglicht es, exotische oder aufwendigere Drehorte zu nutzen. Etwa auf der ganzen Welt zu drehen oder für historische Filme authentische Schauplätze zu mieten oder zu rekonstruieren. Die Nachbearbeitung. In der Post-Produktion können Effekte, Sound-Design und Farbkorrekturen, Mehrzeit und Ressourcen beanspruchen. Filme mit großem Budget können sich diese umfassenden Arbeiten leisten, was die filmische Qualität steigert. Ein hohes Budget erlaubt, auch eine umfangreiche Marketingkampagne maßgeblich zum kommerziellen Erfolg beitragen kann. Einfluss von Drehorten. Drehorte haben einen erheblichen Einfluss auf die Ästhetik und Atmosphäre eines Films. Authentizität und Atmosphäre. Echte, gut auswählte Drehorte können eine authentische Stimmung schaffen und das Publikum tiefer in die Filmwelt eintauchen lassen. Ein Kriegsfilm, der an Originalschauplätzen gedreht wird, wirkt glaubwürdiger als eine Studioaufnahme. Kreative Freiheit in Studioaufnahmen oder auf künstlich errichteten Sets haben Filmemacher mehr Kontrolle über Licht, Wetter und Umgebungsgeräusche. Das erlaubt es sehen, ohne äußere Störungen zu drehen. Gleichzeitig fehlt hier manchmal die natürliche, authentische Atmosphäre echter Drehorte. Kostenfaktor. Drehorte sind oft mit hohen Kosten verbunden, besonders wenn das Team in verschiedenen Ländern dreht. Logistikreise und Unterbringungskosten steigen schnell an, weshalb viele Filme auf kostengünstigeren Alternativen wie Studios oder Greenscreen-Technologie setzen. Zusammenhang zwischen Budget und Drehorten. Niedrigsbudget. Filme mit geringem Budget müssen oft auf teure Drehorte verzichten. Stattdessen greifen die Produzenten auf leicht zugängliche oder lokale Orte zu oder Drehen in Studios. Hier spielen Improvisation und Kreativität eine sehr, sehr große Rolle. Hohes Budget. Hier gibt es viel Spielraum, um an verschiedenen teuren oder schwer erreichbaren Orten zu drehen. Blockbuster wie James Bond oder Mission Impossible sind dafür bekannt, um die Welt zu reisen und an exotischen Schauplätzen zu filmen. Jetzt zum Schluss des Abschnitts noch mal ein klitzekleines Beispiel. Filme wie Inception profitieren enorm von ihrem hohen Budget, das den Dreh in mehreren Ländern aufwändigen Sets und spektakulären Spezialeffekte ermöglichte. Im Gegensatz dazu setzen Indie-Filme oft auf minimalistische lokale Drehorte, die der Geschichte entsprechen und die Produktionskosten niedrig halten. Zusammenfassend prägen Budget und Drehorte entscheidend die kreativ- und finanzielle Ausrichtung eines Films. Sie beeinflussen das visuelle Erlebnis, die Produktionslogistik und letztendlich den Erfolg beim Publikum. Punkt 6. Beispiele für die Dauer von Dreharbeiten. Hier einige Beispiele, meine Damen und meine Herren. Nach dem tragischen Tod von Paul Walker mussten Teile des Films Fast and the Furious 7 neu gedreht werden, was die Dreharbeiten auf insgesamt 8 Monate ausdehnte. Der Film Boyhood, der 2014 rauskam, dauerte insgesamt 12 Jahre zu drehen. Der Film von Richard Linklater wurde jedes Jahr über einen Zeitraum von 12 Jahren gedreht, um das Aufwachsen des Hauptdarstellers im echten Leben zu dokumentieren. Der Film Wow von 1981 wurde insgesamt 11 Jahre gedreht. Jetzt fragt man sich natürlich warum. Kommen wir jetzt dazu. Dieser berüchtigte Film über eine Familie, die mit Löwen zusammenlebt, wurde wegen unzähliger Verletzungen und Sicherheitsprobleme beim Dreh verzögert. Über ein Jahrzehnt lang wurde immer wieder Material aufgenommen. Kommen wir zum vierten und letzten Beispiel. Der Film The Other Side of the Wind, der 2018 rauskam, wurde insgesamt 48 Jahre gedreht, aber mit Unterbrechungen. Der Film von Orson Welles wurde in den 1970er Jahren gedreht, aber aufgrund von rechtlichen und finanziellen Problemen erst 2018 fertiggestellt. Welles selbst erlebte die Fertigstellung nicht mehr. Bevor wir zum Ende kommen, hier noch einige interessante Fakten. Witch Project wurde mit einem Budget von nur 60.000 US-Dollar in acht Tagen abgedreht. Er spielte jedoch über 250.000.000 US-Dollar weltweit ein, wurde so zu einem der profitabelsten Filme der Geschichte. Und ihre Perfektion. Quentin Tarantino ist dafür bekannt, Szenen immer wieder zu wiederholen, bis er das perfekte Ergebnis erhält. Für Anglorious Bastion wurde die Eröffnungsszene über 20 Mal gedreht. Natürlich spielt das Wetter auch eine sehr, sehr große Rolle. Wetter kann den Drehplan stark beeinflussen. Bei Flucht der Karibik mussten viele Szenen verschoben werden, weil der Wind und das Wetter für die geplanten Segelzehen nicht passend war. Solche Ereignisse verlängern die Dreharbeiten oft. Ja, ich weiß, es war schön, aber wenn es am schönsten ist, soll man natürlich aufhören, wie der bekannte Spruch sagt. Kleiner Spaß am Rande. Ich fasse jetzt nur mal kurz einige Punkte zusammen in einer richtig kurzen Fassung, wie der Name schon sagt. Die Dauer, einen Film zu drehen, hängt von mehreren Faktoren ab. Punkt 1. Das Budget. Größere Budgets ermöglichen längere und aufwendigere Dreharbeiten. Filmgenre. Action- und Fantasiefilme mit vielen Spezialeffekten benötigen mehr Zeit als einfache Dramen oder Komödien. Punkt 3. Drehorte. Internationale Drehorte erfordern mehr Zeit für Reisen und Logistik. Spezialeffekte und Stunts. Aufwendige Stunts verlängern die Dreharbeiten. Komplexe Handlungsstränge und viele Schauplätze benötigen mehr Zeit. Zeitpläne der Darsteller können den Drehplan beeinflussen, zum Beispiel bei großen Schauspielern. Ausdrehs sind wetterabhängig und können Verzögerungen verursachen, wie zum Beispiel Hagel, Schneefall, wenn er nicht da sein soll, und, und, und. Unvorhersehende Herausforderungen können die Dreharbeiten verlängern. Zusammenfassend variiert die Dauer von wenigen Wochen bei kleinen Produktionen bis zu mehreren Monaten oder Jahren bei großen Blockbustern. Und damit verabschiede ich mich für das heutige Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, lass ein Abo da, einen Kommentar und bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.